wir haben es geschafft eine der schwierigsten kann man da kann man mal klatschen in den letzten tests tja das stimmt blue werden 75 kollaborationspunkte abgezogen er ist ja schon im minus bereich sind das ist das was zum ja was ist denn das da wollen wir forschen so in etwa ja moin so das heißt einer muss warte mal einer muss dann hier springen ja aber dass das reicht doch nie wir müssen nämlich erst hochschweben genau und dann muss ich er deine ein portal da und eins da setzen gar nicht da und da in die richtung springen nützt mir nix da oben ist ein würfel jaja genau da will ich dran wo bist du hier oben ja das war schon richtig warte mal ja also so du noch mal hoch schweben ja dann das muss mit genau teilen oder theoretisch muss ich dann da mein portal hin machen das gegenportal und du musst hier eins und da eins und dann da reinfliegen ja genau okay dann bereit ja 1 2 3 okay das war zu weit das war zu weit ja das war zu weit ein bisschen aber nur ein bisschen aber nur ein bisschen ach ich schon noch auf den knopf musst deswegen du musst die wand runterfahren was für eine wand dann haben wir es auch das ist ein ist leichter du zählst 1 2 3 das ist so vollgegeben so ist euch den würfel und dann gleich alles noch mal von vorne zwei sinnweise nicht zweimal theoretisch in der theorie so lass uns mal schweben das ist vielleicht besser gewesen wenn du unten bist damit du dein portal nach unten kannst du nach unten schießen geht das ja müsste eigentlich 1 1 2 3 egal ich habe das portal leider nicht getroffen aber ich bin oben ich kann das portal machen so richtig muss nur zählen genau er waren das soprattutto so durch sind wir aber ich glaube nicht dass ich euch im zweierpack vertraue bekloppt haben mehr hirn schon allein allein was ist an dem doppelpack ist ich glaube das braucht ein ram update oder so ja nicht update alles gut das hier ist auch toll trotz des jahrzehnten der montage einheit dass ihr immer menschlicher werdet ja wir denken es reicht wer sind wir also jetzt ist es schon jetzt ist es schon ein paar genau da ja wir müssen erst in die kammer rein meine ich die da irgendwie ja das ist ein knopf ja genau nein das war es nicht wir müssen vielleicht aber trotzdem erstmal da hoch ich weiß ja nicht ob da eine wand ist da ist die tür da ist die tür das ist die tür mach mal das violette dahin genau na geht durch das portal danke okay so ich kann jetzt aber kein portal mehr machen da wo bist du denn hier oben siehst du mich ja ich sehe dich alles klar so wo kommt er her na scheiße ach nee nein danke das violette wieder oben hin sowie gerade hast du schon nur mit dem timing ist noch nicht so jetzt jetzt das gleiche noch mal von vorne wie gerade du gemacht hast wenn du mich gerettet hast ich habe dich gerettet ich wollte nur da ich bin jetzt wieder oben ja ich habe den würfel hier den brauchen wir hier oben nein wo brauchen wir das einer mit löchern ja ja warte dann komme ich hoch darauf dass man zu zweit hier oben sein kann kann sind wir nie drauf gekommen oh was ist das für ein fuck wer hat das portal gemacht alter ach ich gehe lieber weg hier frau schießt ich gehe lieber weg hier frau schießt ich gehe lieber weg hier frau schießt nee noch nicht denn erstmal muss einer rüber jetzt rüber ok ich gehe rüber für portale wo muss denn das hin ach da nee ich hätte rüber gemusst weil ich brauche scheiß entschuldigung entschuldigung das lief genau wie geplant ja genau das lief genau wie geplant ja aber sowas von die P hat mich umgebracht einfach so ja mit absicht ja klar voll so scheiß ähm hast mich enttarnt der rüber ich dachte es wichtig ja okay wo bist du hier unten seht ich nicht ach da hier ich spring mal äh ja ich warte hier ich mach mal disco ja es muss nämlich eigentlich einer rüber weil dort hinten dann ähm das loch ist für den laser was darüber ja so genau jetzt könntest du theoretisch durch aber das problem ist ich muss durch weil wegen portale muss hier ein portal schießen ja und da dort hinten ja dann mach das doch ja aber wenn ich jetzt ein wenn ich gleich ein wenn ich jetzt ein portal schon mal schieße dann ist der strudel weg für mich das heißt du musst ständig mit dem strudel hin und her jetzt äh ähm hä meine dürfen ja nicht weg wegen dem jaja strudel aber hier ist doch nirgendwo eine wand oder oder ist hier irgendwo so eine killwand ne wenn du drüben bist kannst du drüben bleiben ist doch egal ja aber ich kann jetzt hier kein portal schießen für den laser weil dann mein strudel weg ist dann musst du die ganze zeit den strudel jetzt machen was achso jetzt weiß ich was du meinst ja dann mach das doch anders guten abend wer hat mich denn jetzt gerade geradet huch nebel liegt hallo herzlich willkommen ich will verdammt der ist hier das will ich ja so jetzt musst du die zwei machen also einmal da und einmal da ja dann kann ich hier keins machen ne aber ich kann hochkommen du bist der komische kurz von vorhin von vor kurzem ach du bist der Physiotherapeut richtig? entschuldigung entschuldigung falls ich äh mir das nicht gemerkt habe ja ja genau der siehst du das habe ich mir gemerkt ach scheiße ach scheiße du kannst doch auch das Dings von der anderen Seite machen oder? also das violette nicht da sondern da ja theoretisch aber ich muss erst mal hochkommen warum? warte warte mal ja so komme ich ja da nicht rein kommst du ja nicht rein? nein hier ist ne wand ach das? was? hier? du musst ihn wenn möglich hier hin tun das ist nicht so das ist kein Problem das können wir machen gut ich habe jetzt rot geschossen und jetzt gehe ich raus und du musst dahin schießen ok ja nicht so oft ping ja entschuldigung jetzt mach ja egal ok nicht schlimm ist schwierig ja ist es auch ich fliege in die falsche Richtung aber egal obwohl lass mich nochmal tschüss tschüss warum machst du das mit Orange? hab ich gar nicht ich war das nicht ich war das nicht so ich muss nochmal hoch ich war es nicht Mama glattes Mama zu nennen ist auch ziemlich verstörend ach quatsch kein Stück nein wie komme ich denn da drauf? alter ja genau so what the fuck ja das ist nie falsch so ähm jetzt wie machen wir das denn am besten? voll laser wie du abgehst hey man hey man ich will noch nicht gehen ich will noch ein bisschen tunzen ich hab das Lied so gehasst ja und trotzdem kannst du den Text ja leider das war meine äh nicht eins live ähm Viva Nachmittage ja nach der Schule ja Viva oder MTV ja genau das war nach Zeiten das war doch der Hammer nee nicht wirklich es ist so ein schrecklicher Over aber nein nicht wirklich so meine Idee ist nämlich jetzt ja du kehrst diesen strudel den strudel ich kehre den strudel den Apfelstrudel mit Vanillasauce wo mein Tal ist jetzt gleich um dass ich in die andere Richtung fliege die 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 äh 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 also dahin wenn ich ungefähr auf Höhe dieser Wand bin ja schießt das Portal dass ich in in schießt das Portal hier dass ich gegen diese Wand fliege wenn ich fast an der Wand angelangt bin schießt du hier ein Portal dass ich dahin fliege was ja okay es ist äh kompliziert ähm okay warte mal ping doch mal hier an wo ich hinschießen soll direkt so wenn ich jetzt gleich in strudel lande ja dann fliegst du und dann machst du hier ja okay mach ich sag Bescheid wenn ich das Portal machen soll wobei ich seh dich ja warte ich mach meins erstmal weg dass ich nicht ähm kannst du noch ein Stückchen näher an die Wand bitte Dankeschön genau 3 Tage wach war noch war noch besser so jetzt so und jetzt wo nein alter ich 3 Tage wach ist auch gut ja ich hab mich umgedreht und bin auf die Sprungplattform gekommen aufstehen abgehen 3 Tage wach wir machen Party 3 Tage wach alter ich kam leider nie weiter na hauptsache 3 Tage wach ja genau kannst du mich bitte nochmal hochseppeln was Pille Balle Truff 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 alter ich muss nochmal hoch bitte ja mama warte mal wo danke bitte ja das war echt crazy damals mit den Top 100 das war auch meine meine Jugend ich habe damit meist meinen Nachmittag verbracht wie gesagt nein 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 what are you doing ich äh ich schieße mich mal eben in den Laser kann auch nicht wieder alter hör mal auf damit was machst du da alter den Laser ausrichten ich sehe es schon so gleiches Spiel von vorne wie eben Jaha das Problem ist bloß von hier zielen ist echt eine Katastrophe ich weiß ja warte warte jetzt Dankeschön möglichst weit an der Wand wie soll ich denn da hinschießen hm ich weiß nicht wo du bist da hier drüben nimm doch den nimm doch den Sprungteil da warte doch mal ja 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 das ist leider hi 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 okay dann kannst du direkt mitkommen wohin da bitte bist du auch drin ja ich bin auf deinem Kopf gelandet ja genau ums Eck schießen easy so weg da sonst erschieße ich dich oh ne bitte nicht wow äh fuck du hängst jetzt nicht unter der Treppe richtig ne egal aber ich hätte es gedacht alter ich häng das ist nicht nötig wir sind drauf ja 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 immer gerne doch wir wollen dich nicht ärgern wir wollen dich ach als Kartoffel hast du mir am besten gefallen ja ja keine Spoiler ja ja